Ein Leaflet, eine App, alles im Griff. Das Leaflet HEMS optimiert den Eigenverbrauch durch die intelligente Steuerung der Verbraucher. Dadurch werden Kosten und CO2 eingespart. Mit der Consolino HEMS App hat man alles jederzeit im Überblick. Behalte deinen Energiehaushalt immer im Blick. Mit dem Dashboard und den Auswertungen der Leaflet HEMS App. Einfach, übersichtlich, und jederzeit verfügbar. Auf der Startseite siehst du auf einen Blick, was gerade in deinem Energiesystem passiert. Die gelbe Kachel zeigt, wie viel Strom deine PV-Anlage gerade produziert. Die rote, den Netzstrom. In der Mitte erkennst du den aktuellen Gesamtverbrauch. Die unteren Kacheln zeigen die einzelnen Verbraucher. In diesem Beispielsystem sind es unter anderem der GoEat Charger, die Lambda-Wärmepumpe und der BYD Batteriespeicher. Für mehr Informationen kannst du auf die jeweilige Kachel tippen. Der dynamische Stromtarif ist über die violette Apex-Kachel abrufbar. Ideal für die Kostenoptimierung. Durch die Richtung und Stärke der Linien, die den Energiefluss zeigen, siehst du auf einen Blick, woher dein Strom kommt und wohin er fließt. Auch die Netzdienlichkeit nach § 14a Energiewendegesetz ist transparent in der App einsehbar. In Ausnahmefällen darf der Netzbetreiber die Leistung der steuerbaren Verbraucher vorübergehend reduzieren. Wenn diese Steuerung greift, erscheint ein Ausrufezeichen in der roten Netzstromkachel. Die Regelung über das Leaflet Hems bietet verschiedene Vorteile. Im besten Fall ist der Eingriff nur durch die Visualisierung in der App bemerkbar. Durch Antippen in der Mitte gelangst du zu den detaillierten Auswertungen deines Systems. Wenn du einen dynamischen Tarif eingerichtet hast, bietet die erste Statistik eine übersichtliche Darstellung. Die grüne Linie zeigt den Börsenpreisverlauf, die rote Linie den Durchschnittspreis und der grüne Punkt markiert den aktuellen Strompreis. Ab 13 Uhr kannst du bereits den Strompreis für den nächsten Tag einsehen. Ein weiteres Highlight der Auswertungen ist die Energiebilanz der letzten 24 Stunden. Hier erkennst du auf einen Blick, wie dein Energiebedarf gedeckt wurde. Durch Tippen und Halten siehst du die genauen Werte und Farberklärungen. Rot steht für Netzbezug, gelb für die Eigenproduktion deiner PV-Anlage und grün für die Batterie. Du kannst bei den Auswertungen flexibel zwischen Stunden, Tages-, Wochen- und Monatsansichten wählen. In der Verbraucherhistorie wird der Energiebedarf einzelner Geräte anschaulich dargestellt. In den Ansichten Gesamtsummen und Verbrauchersummen kannst du zusätzlich nach Jahren auswählen. So kannst du die Gesamtmengen von Verbrauch, Erzeugung, Netzbezug und Netzeinspeisung über mehrere Jahre hinweg miteinander vergleichen. Und das ist noch nicht alles. Weitere Auswertungen stehen dir zur Verfügung, um noch tiefer in die Analyse deiner Energienutzung einzutauchen. Im Leaflet Hems Dashboard ist deine Energie einfach visualisiert und wird umfassend analysiert. Optimiere dein Zuhause noch heute und behalte mit den umfangreichen Auswertungen den Überblick. Alles in einem Gerät. Eine ausführliche Erklärung der Lademodi findest du in einem weiteren Video. Schau gerne rein, um noch mehr über die Funktionen der Leaflet Hems App zu erfahren.